Abel hat uns Wachen angewiesen, doppelt vorsichtig zu sein. So schnell wie bei deinem Angriff auf unsere Basis werden wir uns nicht noch einmal überrumpeln lassen. So schnell wie bei deinem Angriff auf unsere Basis werden wir uns nicht noch einmal überrumpeln lassen. So schnell wie bei deinem Angriff auf unsere Basis werden wir uns nicht mehr überrumpelt. Abel und Amy warten draußen. Zuerst sichere ich die Höhle, dann hole ich sie. Alarm! Maden in der Höhle! Macht sie fertig! Hey, ganz ruhig. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Und das sollen wir dir glauben? Euch verdammten Maden ist nicht zu trauen. Wenn man sicher sein will, dass man mit euch keinen Ärger hat, dann gibt's nur eins. Kehle durchschneiden! Die Kisten sind wohl leer. Ein Käfig. Pilze. Ich werde sie lieber nicht essen. Hier hat jemand einen Wall aus Baumstämmen aufgebaut. Musik Wieso ist hier mitten in einer Mine so eine massive Tür? Die Tür ist zu gut gesichert. Ohne Schlüssel wird das nichts. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.